I choose you! Du Eimer, Alter! Ich beende deinen Traum von Tawashi-Tag! Weimar, du hast das eine oder andere Kind und zerstückelt. Wie soll ich dich auf dem Boden nehmen, wenn du mir nicht in die Augen siehst? Ich komm ins Battle und du verkaufst das eine oder andere Kind. Du Spast, warum guckst du auf den Eimer? Bist du Weimar oder Saas? Mit deinen Runden fixst du das eine oder andere Kind. Egal wie gut das Ganze klingt, sag mir, wo die Eimer sind. Klar, wer diesen Kampf gewinnt. Ich hab in jeder einzelnen Minute mehr Schwuchteln gefickt. Als du in deinen ganzen fünf, in denen du mir zeigst, dass du Rolex bist. Du verkaufst dich als Eimer und das ist einfach heuchlerisch. Ich begreif's bis heute nicht, wie komisch bist du. Erst sagst du Rolex ist Sensa und dann sagst du das Schwuchteln fixst. Du brauchst es nicht leugnen, Bitch. Der Partner eines Schwulen ist deine Freundin. Also hast du Rolex gefickt. Tja, entweder bist du nur dein Mann oder du bist eine noch größere Schwuchtel als Sensa. RAS! Zeit für ein Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Eimer, Alter!